Neulich beim Fußballschauen mit Freunden ist mein alter Fernseher kaputt gegangen. Mist, ein neues Gerät musste her. Am besten ein Smart-TV. Ich also gleich mal so ein schickes Teil im Internet bestellt. Kam schon kaputt an. Hat acht Wochen gedauert, bis die mir das Geld zurückerstattet hatten. Ein Arbeitskollege gab mir den Tipp mit dem IQ-Fachhändler um die Ecke. Kleiner Laden, aber ganz viel Ahnung. Da wurde ich super beraten. Ich konnte die Geräte ausprobieren und Probe sehen. Das Beste? Der IQ-Fachhändler kam abends zu mir nach Hause und hat meine neuen Smart-TV perfekt in mein Heimnetzwerk eingebunden. Und meine alte Kiste hat er zur Entsorgung gleich mitgenommen. Also, bei mir hat's Klick gemacht. Endlich, meine eigene Wohnung. Bis die eingerichtet war, meine Waschmaschine zum Beispiel, wie lange ich da gegoogelt hab. Und in den Läden erst unzählige Modelle. Man hat mich mit technischen Daten zugetextet, aber welche Maschine für mich die richtige ist, das konnte mir trotzdem keiner sagen. Meine Mutter hat mir ihren IQ-Fachhändler empfohlen. Der war gleich hier um die Ecke. Der kannte sich super aus und nahm sich richtig Zeit für mich. Da wurde mir dann auch klar, welches Modell zu mir passt. Bereits am nächsten Tag hat er mir meine Waschmaschine geliefert und angeschlossen. Ich war so happy. Ob Stricksachen, Jeans oder Handtücher, meine Wäsche ist seither ein echter Traum. Also, bei mir hat's Klick gemacht.